League of Legends Alphabet Champions mit A wie Annie und wir warten noch auf die Enemy Seite und sind mit Phil als Caitlin, Mr.Grabbit alias Harry als, äh, was spielen wir denn? Eine Leona? Oh, und unser Jinksy ist ein Mondo und der Random geht auf Top mit Akali. Nach der gerade eben etwas vorgezogenen Runde mit Ash bereits, wo wir tierisch aufs Maul bekommen haben, Glück nicht zu Runde. Sieger der Herzen. Sieger der Herzen, ähm, was nicht weniger, nicht minder an dem Midlancer lag, der ich nicht war. Der du nicht warst. Der ich diesmal nicht war, nein. Ich bin ja der notorische Midlaner eigentlich. Ist ja krackerhaft. Aber der langen Midlaneschreiber. Wen haben wir jetzt auf Bord? Wir haben Lister und Urwald. Urwald und, äh, die Kuh. Herr Lister. Ach, immer diese blöden Kühe. Ich glaube, die würden keinen Spaß mehr haben. Oh, wie süß die lacht. Und jetzt tanzt sie auch noch. Ja. Was haben die denn? Überhaupt. Eine Rhythm im Dschungel, okay? Du wirst gegen einen Twisted Fate spielen. Ich werde gegen einen Twisted Fate spielen, ja. Dann, dann, dann. Und es wird ein Set auf Top sein. Wobei, wahrscheinlich der, ja, die Rhyven öfters auf Top gehen werden muss, wenn ihr da mit zwei Mann auftaucht. Gerade so eine Akali unten. Ja, wenn die Akali jetzt ein bisschen helle geblieben wäre, würde sie bei dir einfach ein Wuppe nehmen. Ups. Wuppacklein. Ja. Ja. Na, 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 na. Ich bin die kleine Annie und ich schmeiße mit Feuerbällen. Ja, lass ihn aber vielleicht erst näher kommen, also nicht, dass du unseren Tower fängst, ne. Oh, du weißt ja, was ist das. Nein, nein, oh, die Kuh ist aber auch so. Ich würde ganz gerne... Gehen da. Und tschüss. Na, 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 na. Ja, alle Sachen glaubst du mir, ich hab' nicht mehr aus. Ey, hier, bam. Wieiii. Also die haben unseren Supporten gekratzt und ich kratzt gerade ihren AD-Key ein bisschen davon. Bin ich fair, oder? Also ich spiele normalerweise nicht so Ponten-Click-Charles, ne. Hier so wie Annie ist ja. Das ist ja einfach ein Ponten-Click-Charles. Ja. Ja. Haha, siehst du, wenn ich den Schaden drücke, ey. Ja. Machste gut, ne. Aber das passt schon, ey. Ja, so wenn der Urgurt vorkommt. Ey, Fade bleibt doch mal hier, Alter. Hab ich schon erwähnt, Urgurt hat nur noch einen Haltriff. Oh, ich glaub' ich hab' Lex'n Bünder. Ja, 143. Ich glaub' der Fade und ich, wir werden keine Freunde. Der mag mich nicht. Er ist so nett und füttert dich. Nö, das nicht. Also noch nicht. Wird er so netzer und ich füttert? Da wird er wahrscheinlich nicht drum rumkommen. Das hat sich gut an. Aua. Er hat mich jetzt wahnsinnigerweise wirklich einmal getroffen. Ähm. Oah, der hat doch getroffen. Mit der Krieg. Ja, aber ich hab' wirklich ein bisschen extra. Es hängt bei mir ein bisschen nach. Oah, der hat sich eine bricht. Aber egal. Die Kuh geht von hinten an uns ran. So... Das macht es ja auch nicht mal. Ah, da ist aber eine Wüffel. Nix hier ist dann nonso. Ne, lass uns dann sein. Ja, ich komm da nicht mehr raus. Ja, weil du auch so blöd was reingehst. Das war ein richtiger von dir, Hanzi. Ach, Gott. Komm, Fade, Alter, trau dich mal ein Stück mal ran. Ah, fast. Okay, jetzt muss er aber definitiv weggehen. Die Crew hat mir grad mein Lars gerettet, dadurch, dass sie ein Minion gehalten hat. Legs too much. Sagt der gerade auch. Ich mein, ich hab gar keine Legs, aber woran kann das liegen? Hm, vielleicht hat der ein Parallel zu mir Legs. Das kann natürlich sein. Ich hab auch noch 130er fest. Ich hab vor allem noch 100er Kling. Habt ihr mal einen Bären-Tribbers gesehen? Habt ihr mal einen Bären-Tribbers gesehen? Nein! Ey, Vorsicht, du weißt, dass ich ihn farme. Warte ich jetzt noch bis Level 6 oder nicht? Was? Das ist nicht mehr lange. Nein! Ich befürchte fast, wenn ich bis Level 6 warte, werde ich sterben. Aber... Das ist ein... Ignite wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich flecht der sich einfach nur ran und ignite... Ignite nicht. Waa! Guck! Guck, ignite, ignite. Warte, aber ich mach mein... Schild an, vielleicht. Ja, sterben wirst du nicht. Aber ich kann diesen... Jetzt wird er nicht überleben. Ich hab ein Mitte-Miss. Warte mal, was ich grad drauf achte. Nice. Ja, nice Akali. Bitte fitter jetzt meine Midlane. Da hab ich die ganze Zeit drauf gewartet, mein Friend. Mein Friend. Ja. Mon ami. Echt. Ich bin so happy. Nein, ich hab noch SS. Ich muss mal back. Ich hab Mana und nicht so viele Leben. Ja, lass mal gehen. Ich warte noch ne ganz kurz. Ja, und der Urgott hat... Urgott hat nochmal seine schwule Träne. Nein! Falsch geklingelt. Harry, hast du grad Clarity gesendet? Nein, ich. Ähm... Nein. Es hat sich so angered, dass jemand Clarity gesendet. Ja, das war der OP. Das war der OP mit A. Okay, dann frag ich mich nur, warum ich das in der Base höre. Aber egal. Weil das so'n krasses Clarity einfach gewesen ist, dass das äh... Ja. Ah, die Graben fallen noch. Na, ist egal. Es wird auch so reichen. Ja, komm jetzt warte halt die ganze Zeit nur, bis du deine eine Würde Karte ready hast. Das ist echt nicht. Hab hier mein Bären, Tibbers, gesehen? Ja, ich bin in your face twisted, Alter. In your face, motherfucker. Der drückt dich aber ganz schön in seine Tower. Ja. Ja. Oh, ich hasse die Fähigkeit. Nein! Nein, 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 bitte lass mich in Ruhe. Nein! Ich hab Ulti. Okay. Den Bär werfen hätte jetzt auch nichts gebracht, Alter. Nein! Den spar ich mir auch für gleich. Weißt du was? Der Bill macht dich parat. Hab hier mein Bären, Tibbers, gesehen? Geh drauf. Geh drauf. Jetzt kommt die Akali, genau, und dann füttert die den Twisted. Wette machen. Ja, klar, nice. Schön, wow. Aber schön, Harry. Wow, ich bin... Aber geh da weg, du hast die Riven da angehört. Gleich, ich farm noch ein bisschen ab. Ich hab die Riven so lange nicht mehr gesehen. Die Mitte ist grad nix. Ey, willst du mich verarschen? Jetzt... Äh, das ist, äh, grade, um. Also, ja. Also, unsere Botlane fehlt komplett, ja. War ja auch tot. War schön, war schön. Ein schöner Flashtal. Gell? Oh, muss ich zugeben, ja. Hat das in sich. Hat die auch nicht mehr. Der Twisted Fate ist immer noch... Oh nein, der kommt grad wieder. Oh, ich bin gespannt. Das ist ja so bei, ja. Ah, guck mal. Ich kann nur sagen... Zum Beispiel fehlen das Leben. Ah, fehlen das Leben ist immer gut. Wir können die auf jeden Fall grad wiederlegen, weil ich hab das nicht gut gehen. Na, ich hab meins auch. Ich komm jetzt mal mit, ey, und leg mal mit. Oh, das ist doch wohl nicht wahr. Lasst mich doch mal in Ruhe, der ihr will klopfen. Ja, ich bin ruhig. Und das ist doch... Boah, ich find's doch geil, wenn ich... Die war jetzt zu vier, oder bist du zu dritt? Nee, zu zweit. Nene, der Alice wäre auch... Und ich weiß, ja. Kommt jetzt auch noch runter. Läuft. Nicht ganz, nicht, no weins, nicht ganz. Damit du willst, denkst du immer den Negen, gell? Können wir gleich machen. Ah, tust du Teil hin? Du, ich hab 3 Mann in der Mitte. Und die Akali geht weiterhin, Mitte. Ah, krass. Okay, drauf. Wer willst? Ihr müsstet in den Fluss kommen, weil ansonsten hat die Gegenseite einen Double-Buff. Ja! Extremely unnütz. Ja, dann legt man ihn. Ja, genau. Die Akali kriegt die Kills, weil die hat da viel für getan. Also, Leute, ich muss mal sagen, ich bin raus. Ich hab das aber elegant verweilt. Nein! 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 Leute, das müsst ihr euch anschauen. Nein! Ey, würd ich die Akali jetzt... Scheiße. Ich bin mir so verarscht vor, ey. Mike, sorry, also. Das war als pure Absicht. Ja. Das seh ich genauso. Ich sag's dir, Alter. Wenn ich jetzt anfange, extra nur noch Supporter zu spielen, ne, dann mach ich die Kills. Ich seh das schon, weißt du? Wenn dann nix wie Karma dran ist, dann hab ich so, weiß ich nicht, 25 Null-Stats und sowas, weißt du? Weil dann bin ich ja der Supporter, dann mach ich ja die Kills. Alistair könnte in die Mitte gehen. Alistair geht in die Mitte. Ich sag's nicht einfach, nicht wahr. Ich sag mal, einfach nicht wahr. Aber ohne Scheiß ist Elefant, ja, das ist dermaßen das Glück. und älteste vorliegen ja ich muss erst mal überaus ich will den abgaben Ich bringe den jetzt vielleicht mal an Ah, zwei Mittel Wie, da kommt das? Driven ist da Ja, wofür war das jetzt? Q Hier Ah, drei Mann Deine Mitte ist auch da Schöner Ulti, Hülving Schöner Ulti Komm, Tower Dive, Tower Dive Da siehst du, wie wir alle auf Plane haben, ne? Auch wie viele Leute, ey Ja, ich hab, äh, so, auch Naja, wir haben wieder das Ja, genau, da kommt die Riven schon wieder, Alter Verzieh dich mal, du Coo, ey Hast du mein Bären-Tipp erst gesehen? Ja, und AK-Lieber Ey, warum sind Randoms immer so random? Also so, weißt du so, verstehst du, weißt du so So wie die halt sind, so Blecht Film, wie war das? Danke Ich versteh's einfach nicht Das ist so Warum läuft man in vier Mann rein? Das ist so Hilfe ist bei euch Oh, das ist nicht gut Ja, ich bin tot Äh Äh Passe Riven, die ist immer so starr Yes Ja, und so hätte das schon die ganze Zeit überlaufen können, wenn der nicht gebabysitzt worden wäre Ähm, Michael, guck mal bitte dazu Bitte? Ach, Akali, verpiss dich von dem Blue, ohne Witz, Mann Nein, die braucht den Habt ihr meinen Bären-Tipp erst gesehen? Och, ne, komm, ey Ey, jetzt holt die sich den Blue, weißt du Och Die braucht den, ey, Akali braucht nen Blue, definitiv Also mehr als nen Midlancer Mehr als der Midlancer, definitiv Oh Du I do what the f*** I want Also Shaman of the Night Ist ein sehr cool teamfähiger Spieler Shaman of the Night Ja ich habe das bereits einmal gemacht in einem anderen Let's Play Ich weiß nicht, ich erinnere mich dran Wo wir auch so einen tollen Mitspieler hatten Aber Shaman of the Night gibt halt Schon mal direkt zu, dass I do what the fuck I want Ja Es fehlt immer noch die Kuh Ja, wenn du willst Find ich irgendwo schon mal Sehr cool Bei euch läuft jetzt unten auch ein bisschen besser, ne? Ja, ich hab drei Die läuft eigentlich die ganze Zeit schon gut, also Es lief noch nicht schlecht hier unten Ne, der geht doch mal so ein bisschen Sau weg, krass auf die Seite Ja, der stand mir im Weg Krise ähnlich, Krise ähnlich Jetzt hat sich die den Red auch noch gelöst Ja, natürlich, weil Shaman of the Night Oh, Phil, ich bin weg, weiße Ich hab nur... Äh, nur ein... Braucht das definitiv auch Ich hab fast doppelt so viel Bum Irgendwie... Urgott Ich komm jetzt grad bot Ich komm grade auch noch mal auf bot Und dann, äh... Ja, Akali wird jetzt erst den Waffen an irgendjemand geben Ja, ich weiß das Ja, wir haben hier gewordet Mhm Ich mein, jetzt könnte man mit Absicht eigentlich warten, bis die Alte tot ist Und dann erst da reingehen Um einfach mal... Aufzusagen, I do what the fuck we want Und, äh... Jetzt die Sorge ich hab... Aber gehen wir mal einfach davon aus, wir sind nicht ganz so assi Eigentlich schon, aber Guck mal hier Und dann schau das vor allem, weil ich jetzt auch noch meinen Faden nehmen möchte Also, mir holen uns jetzt den O-Bot, ne? Leider nicht Ja Ja, äh, Hülfen, die Ulti tat fast weh Okay, hier oben ist weg Ja, okay Äh, Hülfen hat Ulti an Echt? Für was? Mhm Ja, weil ich grad da da hingegangen So, guck mal Wow Amazing Ja, Klora, ich fand... Hab dir meinen Bernd Tibbers gesehen? Ja, war schön, ja Ja, das war das riesige Vieh, was da reingeflogen kam Hehehe Nur um das nochmal eben anzumerken Hehehe Wie erhübsst du das hübsch angezogen ist Äh, was hältst du das vor? Wenn du ganz Polen drauf hast? Das kostet Geld Ich hab grad... 2.000 Euro, aber ja, gerne Mehr Gold ist mehr Gold Jungs Jopp, jopp Was machst du? Was machst du? Was machst du? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Oh, du bist tot Hä? Ach, da war ja noch einer Ja, Akali So, jetzt hab ich auch nochmal einen Stun So, jetzt hab ich auch nochmal einen Stun Äh Komm, wir gehen Akali, der Pro Hero Auf jeden Fall Auf jeden Fall Also, ich bin sehr überzeugt Weil... weil... Wo? Ich bin hinterher weg Umu, nimm die Füße in die Hand Ja, ich bin durch Jaaaa Komm, man ab Oh, die TF-Ulti, der wird bestimmt irgendwo bei mir auftauchen wollen Obwohl, das wär sein Tod Weil... Shaman of the Night Ne? Because I do what the fuck I want Und so Äh, ich hab hier vier auf der Botland Ah Der Kopf ist gerade weggegangen Ich versteh es nicht, also ich... Ich spiel ein... Ich spiel ein... ein Team-Spiel online, damit ich dann das machen kann, worauf ich alleine Bock hab Oh, die AK-Alineat Ich werd die so reporten, ey Ja, das ist, äh... Schaman of the Night Läuft Amphore auf der Nacht, oder wie? Der Schamane der Nacht, ja Oh, das sind alle Ja, geht da bitte nicht rein, ich bin noch... auch nicht... Nein, äh... Harry, lass das Du weißt, das ist oft genug falsch, ist schon schlecht, okay Mike, wenn du zum Blue kommen willst, dann? Äh... Und den werden die sich jetzt holen Die werden die sich jetzt wahrscheinlich holen, ja Aber Viven ist jetzt weg Oh, ne, die werden sich jetzt den Blue nicht holen Dann Mike, bist du Wanderlo? Äh, ja, Moment, ich port mich auf Unsere Tower Sofort Okay, warte, dann ja, wir gehen uns erstmal zum Tower Ja, dann, ich komm auch auf dem Tower Na, komm schon, Annie, lauf Lauf, lauf Bär, lauf Wups, falsche Rüttel Hol' ich das nochmal irgendwas gestunt, oder so? Naja, ja, das weiß ich schon Ja... Nice Ich hab extra noch gewartet Mit einer Auto-Attack noch den Typen umgebracht Sauber, Jungs Komm, jetzt leg mir gerade den Schaden Komm, wenn die, wenn die in der Mitte hier Schaman of the Night sich da mit denen rum... rumärgert, dann machen wir da weiter Wer? Hau auf den Turm ein Also ich bin mit 6-1 angeflittert Spiel 3-3-3 Komm, du, das macht nur 6-6-6 Wobei, 6-2 Der Bär ist schon wieder weg, schade Ja, aber nachdem es auch probieren Rollerbeziehung soll ich jetzt Ja, ist schon gut Ich hoffe Ich hoffe Meine Überlebenschancen sind immer gering Ey... Uh, aber da hab ich fast noch die Wirbel mitgenommen Das war knapp Ein Verbündeter wurde getötet So, was könnte man dann da nochmal dran ändern? Ach nee, das ist ja... Man könnte eigentlich einfach den Schadensausstoß erhöhen, damit ich die... Tüte! Hm, was ist, äh... Ja, sie macht auf jeden Fall wieder den Blue Ja, die Akadi... Ja, du verstehst es einfach nicht, Harry Weißt du, wenn du irgendwann mal mehr Spielerfahrungen hast, ne? Ach so, okay Dann erklärst du dir das, dass eine Akadi unbedingt einen Blue braucht Äh, ach ja, ich hab... 100 Minion... Ein bisschen drüber Und Ogre 16 Ich bin 3 Level über Ogre Ich bin 3 Level über Ogre Ich find das einfach nur traurig, weißt du, dass so... Ey, ich spiel doch kein Online-Spiel mit mehreren Mannen Um halt dann irgendwie ne Solo-Tour zu fahren und auf alle anderen zu scheißen, Alter Das ist so... Och, nein, doch Das ist irgendwie, weiß ich nicht... Fail? Ja, dieser Akadi ist voll der Film, ey Ja, dieser Akadi ist voll der Film, ey Bleibt nicht zurück! So, wer denn bleibt da? Wo ist die denn? Die war grad hier unterwacht Ja, irgendwo hier Ich fahr mal ein bisschen Ja, weg... Ja, die ist schon ganz weggelaufen Na klar, die legt sich jetzt nicht mit Harry an, wenn die dann weiß, dass ich auch noch antanz Ich glaub, die wird mit mir alleine schon Probleme haben Ja, wahrscheinlich, und dann bin ich auch noch da Ich denke auch, weil du die einfach zu Tode stunnen könntest Ah, guck mal, ich hab zwei Leute da Ich tu mal so, als wär ich alleine Ich hab das schon fällt Au, der Wahnsinn Da hat er schon fast weggetan Jawoll Da hat er den... der Retter bestimmt nochmal draufgegangen, ne? Illegal Nein Au, 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 au Ja Äh... Ja, jetzt ist natürlich Akali, der ganz große Held, der... Einen ganzen Champion getötet hat Oh ne Scheiß, ey, die kriegt so einen Report Was für eine Jäkner gegeben hat Yeah, Kill, ja, das ist Trollen mit Absicht wieder Also das ist... Ich weiß auch nicht, was die Tage los ist, ne? Irgendwie... Jedes zweite Spiel irgendwie sind nur noch mit Absicht Trolls Die schreiben... die sind gerade eine Minute im Spiel Und dann schreiben die direkt rein auf Boah, ich werd mit Absicht trollen, weißt du? So mit Absicht allen anderen das Spiel zerstören Alter... Warum? Warum? Ich versteh es einfach nicht Ich auch nicht Denkst du, hast du ein Problem? Ich würd mit... Ich würd sehr gerne sagen, das ist einfach... Ja, das sind nur kleine Kinder und hast du nicht gesehen Ey, aber ganz im Ernst Es kann nicht einfach so viele kleine Kinder geben Also die, die einfach, äh... Ständig bei mir mit in die Games reinkommen Geht einfach gar nicht Ich bin doch irgendwie nicht... Ich bin doch kein... Ich bin doch kein Kindergärtner, oder? Ja, das hab ich auch mal mit mir gefühlt Oh, mein Schiff in die Arsch da Oh... Ja... Wow... Toll sein... Ja... Ja... Genau... Auf jeden Fall... Ja... Ist klar... Ja, ist klar... Ja, ist klar... Boah, wird's blühtig, die Akali, endlich Geh einfach raus... Jings, komm weg, Jings, komm weg Dings, komm weg... Jings, komm weg, Dings, komm weg... oder wenn du jetzt hin gehst dann bringt ich nur mit ich will nicht schickt ihn in den Tübers entgegen Prozent Prozent der Läufe bei dem vor dem Plüschtier weg die Kälte wir haben hier geworden los Plüschtier und die ja war Ja. Ja. Haben wir meinen Wehren Tibbers gesehen? Ich glaube jetzt nervt die AK die nämlich auch langsam unsere Gegner. Ja ich glaube ich glaube fast aus. Also das ist äh… Man kann sich beliebt machen oder auch nicht. Ah! Ah! Oh! Wasp oder? Ja, wasp? Ich hab dich nicht in diesem Fall auf. Ich hab dich nicht in diesem Fall. Nein! Ach du, ich hab dich nicht in diesem Fall auf. und wir haben einst wenn ich ehrlich bin auf die kreis bin ich stolz das war ein schatz der erste ist die alte Wesen sind später der Gute der ist so ich hab sie auch ich habe auch den Guardian Angel genommen von daher war das kein Chaos mehr. Hol dir mal einen Blue oder so. Ja genau ich hol mir mal einen Blue warte hat Akali den nicht schon wieder? Nee? Nee die ist mal nicht komisch. Ich komm nach 27 Minuten echt dazu einen eigenen Blue zu kriegen. Harry klau mir den jetzt bitte nicht. Das wär ich. Das übernehme schon ich. Oh und ich hol mir mal unseren Red wenn wir schon dabei sind. Aber gerade eben haben wir die gefistet kann das sein? Ja. Harry du musst mal leveln. Du bist auf dem gleichen Level wie ihr Urgott. Äh ich hab's da ungefähr jetzt grad vor 5 Leuten gedenkt. Ja und nicht so mal tankst du 6 Leute weißt du. Würdet ihr auch bitte aufhören mit diesem Charakter zu schreiben. Ist das ein Charakter das ist. Boah das ist doch kein Charakter das ist einfach nur. Das ist äh dieses Ding. Idiotie auf Beinen. Ja. Ja. Hallo mein Name ist Akali. Ich hau jetzt auf Minion. Ich hau jetzt auf Minion. Karli. Ich spiel erstmal. Instant alleine. Ich schau jetzt auf Minion. 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 Ich schau gleich auf Minion. Oh ich glaube ein Charakter. Oh ich glaube ein Charakter ist. Ach das ist doch nicht so gut. Oh ich glaube ein Charakter ist Crohn. Du auch. Oh dust das ist ja extra zu können. Ihr seid nur zu breit. Vergiss das. Ja aber schon. Komm mal hin. Läuft schon. Läuft schon. Ich klau jetzt nochmal. Nein Nein Reven Reven. Lass mich in Ruf. Wer holte sie dir. Los Bea. Wer. ja sauber wenn die jetzt nicht aufgeben weiß ich auch nicht ja schön ja der Dornpanzer ist heftig ja klar der hat sich ja drauf gerade eben erstmal einen Dornpanzer gekauft erklärt einiges ich habe mir jetzt ihren Blue geholt bevor Akali sich das nennt das hätte ich mir oben als erstes kaufen sollen sowas da vielleicht, ach ne dafür brauchst du ja das jetzt mittlerweile also ich fand das etwas wie Sand wenn die wir dann total nicht so ausgefogt haben ja dann machen wir das auch unser Team hat irgendwas bla bla kann ich auch das ist eine Scheiße auch meiner, auch meiner dafür auffall ich meinen Port ja dafür musste ich meinen Port opfern ich möchte auch verlor, dass wir kein einziges Tor verloren haben oh stimmt ja dann ich spiel ja noch nicht ja das stimmt eigentlich auch vielleicht geht's darin oh ich glaubst du wurde es noch so wie dieses Kortschloss oh mit dem Flammenwerfer habe ich der G-Moll Top gerade auch gut abgezogen wir geh aber mal weg hier also das mag ich nicht ganz so ja die Akali ist schon mal einmalig ja oder die gehen ja ja ne die beiden gehen wir nicht krisse nicht krisse nicht na 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 ja dann lass gleich mal den Set töten alter also auf jeden Fall den Set töten also auf jeden Fall Charman of the Night das ist ein bewerk... bemerkenswerter eh... spieler Den Namen muss man sich merken. Alter, hat der mir gerade einen Schaden rausgedrückt nochmal. Ach, die ist ja noch im Leben. Ich bin so langweilig. Ja, ja, ja. Guck mal, ein Bär. Ja, ach, ist klar. Oh mein Ding, doch, armer Arsch. Guck mal, da die Rippen nicht. Ach, da haben wir noch. Das ist, weißt du, so vor allem jetzt hat die 8-6 die Akali und die wird definitiv gleich irgendwas noch schreiben, wie sie hätte uns gecarried oder... Na ne, das mach ich gerade. Und ja, und du auch. Ey, ich mach... Ich mach ja keinen Schaden, sonst würd ich ja Leute umwenden können. Jetzt muss man rein, äh... Alter, das ist mir gut. Ja. Der Set tut unheimlich weh. Der Set tut gerade unheimlich weh, ja. Der Set hat mir gerade mit dem Schattenschlag 1000 Schaden eingestellt. Ich weiß nicht, wo der den Schaden nimmt. Moment, äh... Aber ich weiß auch gerade, warum ich ihn nicht getötet habe, weil der Hextrinker ihn gerade das Leben gerettet hat. Ja. Ich hab gerade erst überlebt, äh, überlegt, warum der das überlebt hat. So rum. Und... Da ist die Antwort. Na, jetzt werden wir einfach verlieren. Jetzt kommen wir lernen. Bilde und... Was ist der? Oh, oh. Oh. Nein, Urgott ist voll important. Auf jeden Fall. Weil der ja die ganze Zeit so viel Schaden macht, dass der halt mit zwei Schlägen und so down geht. Deshalb ist der important. Boah, Harry und Phil... Jungs, ich muss euch irgendwann noch spielen und mal erklären, wie das funktioniert. Ne, also... Also... Regelnummer, äh, number one ist, wenn ich in einem... Wenn ich in einem Team mit fremden Leuten bin... Nimm ich einen Char, der eh schon gepickt worden ist... Lauf dann quer über die Lanes und klau alles. Ja. Weiß nicht. Nein. Das ist, äh... Einmalig, Wahnsinn. Also das ist... Hier, Shaman of the Night. Ne? Also... Kann man auch nicht. Man... Muss man einfach. Das ist ein bemerkenswerter Spieler einfach. Ähm... Der genau weiß, worum es in dem Game ankommt. Also... Teamplay wird bei dem ganz hoch... Äh, hochgesetzt und so. IQs zu mir wollen. Ähm... Ja... Kannst du auch mal Schaden an dem Typen machen? Äh... Hehehehehehe Meine! TF Ulti, James komm, rüber zu uns. Äh, müssen wir uns beeilen. Ah, der kommt zu mir! Er kommt zu dir, warum das denn? Er kommt zu dir, wie dein Name an seiner Tür. Ich hab' alle Wappen. Ein Gegner wurde getötet. Ja, es ist so lame, ne? Es ist so lame, ne? Es ist so lame, dass es einfach mal lame ist. Dann fällt mir auch gar nichts anderes mehr zu ein. Ja, die langweilt einfach. Die Schlampe. Ups. Harry, bei dir war grad irgendwas. Ja, ja, das ist ja toll. Der weiß genau, dass ich den zuvor bedenke. Ja, richtig. Dir macht der Zett, macht dir keinen Schaden. Wurm, Jinx, du bist da gefährlich, geh da raus. Jinx, du bist alleine, ne? Ja, warum sagst du das? Angemerkterweise. Du hast nen Dornpanzer. Die kriegt sich an dir mehr weh als alles andere. So, dann geh ich jetzt woanders wieder lang. Kali ist auf jeden Fall Pro. Absolut und Pro. Ja, aber wir können unsere Reihe von, ähm, Biefersound Random Gang zieht sich halt wie ein Faden durch alles, was wir machen. Ja, was ja nur, weil die Katharina grad eben das andere Spiel auch schon ruiniert hat, weil die so proaktiv im Spiel, äh, im Team gespielt hat. Ja. Ja, 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 die Evelyn war, ah, ah, das hat die irgendwie getan. Ja, ja, also, ich bin ja dann in die Evelyn da in einem anderen Game rein, und so ein Bauer, guck mal mit, nach wenigen Sekunden für mich gelaufen. Du sollst da vielleicht nicht so, oh, 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 Harry weg. Seid ihr da? Oh, ja, jetzt sind wir da, ah, TF-Ulti, die wissen, wo wir stehen. Aber die wären da alle. Jetzt wissen die eh, wo wir sind, und wo sind da. Guck mal, die wissen, wo wir sind. Ja. Ich hoffe, es hat was gebracht. Ja, sollen wir uns dann grad mal, ah, guck mal, die sind jetzt getrennt, dann lassen wir mal einen rein und den Inhibitor zu zerstören. Nein, noch nicht. Lass uns einfach den Inhibitor. Harry. Also, ich tu denen die sind weh. Aber wäre mir bestimmt auch. So. Lugt man mal eben den Z aus dem Leben. Ja, also die Fokus sind halt nicht ganz böse, ne? Die einzige, die ich da hab. Ich hab' selten, seit wir uns nicht getrennt. Ich hab' ähm... Och, ja. Och, das ist so lame. Das ist einfach nur lame. Das ist einfach nur lame. Ja, wow, du bist ein King. Das ist so... lame. Kann doch, ne? Ja, und das war dann, äh... A wie Annie. Mit... A wie Arschloch. Mit... Dich ins Knie wie... Akali. Ja, genau. Bäh. Bäh, Bäh...